Moin Leute und wieder herzlich willkommen bei Zurück zum Garten live. Heute ist die erste Videoantwort dran. Ich habe ja die E-Mail-Adresse fragzurückzumgarten at gmail.com eröffnet und unter dieser E-Mail-Adresse konntet ihr mir ja oder könnt ihr auch immer noch Fragen stellen, die ich dann in kurzer Videoantwort beantworte. Entweder zum Thema Garten oder auch zum Thema meiner Person oder auch zu x beliebigen Sachen. Also einfach mal raushauen. Ich gucke dann, was ist möglich und werde das Ganze dann beantworten. Und zwei Fragen, die sind relativ identisch gewesen und deswegen fasse ich das Ganze in diesem Video mal zusammen. Ich habe sie hier mal rausgeschnitten. Natürlich datenschutztechnische Gründe, wird keine E-Mail-Adresse oder irgendwas hier gezeigt oder veröffentlicht. Ich habe bei beiden auch nachgefragt, ob es okay ist, dass ich unten den Namen mit hinschreibe und beide sagten, wäre kein Problem. Also schauen wir mal rein, was sind denn die beiden Fragen, die relativ ähnlich sind. Einmal, hi Dennis, mich würde mal interessieren, wie bist du eigentlich zu YouTube gekommen? Also wie wurdest du Garten-YouTuber speziell? Das werde ich euch auf jeden Fall gleich mal beantworten. Grüße, Michaela H. Also Michaela, interessante Frage. Wurde mir ehrlich gesagt auch schon relativ oft gestellt und werde ich dir gerne gleich beantworten. Aber kommen wir eben noch zum zweiten Teil, weil ich hatte ja gesagt, relativ ähnlich. Da haben wir, hallo Dennis, mich würde mal interessieren, wie wird man YouTuber? Ist also fast das Gleiche. Ich habe auch einen Garten und bin schon länger am Überlegen, auch einen Kanal zu machen. Traue mich aber nicht so wirklich. Und ich würde gerne mal von dir wissen, was du als technisches Minimum ansehen würdest. Vielleicht hast du ja ein paar Tipps für mich. Habe ich auf jeden Fall. PS, cooler Kanal, schau dir immer gerne zu. Liebe Grüße, André. André, liebe Grüße zurück. Und kommen wir auch gleich mal zur ersten Frage. Also die erste Frage, wie wurde ich eigentlich YouTuber, ist relativ zügig beantwortet. Und zwar ist es so, ein Bekannter, der hat immer wieder nachgefragt, hey, wie machst du dies in deinem Garten? Wie machst du das in deinem Garten? Warum sieht sein Salatkopf so schön aus? Warum ist deine Zucchini so groß? Und so weiter und so fort. Und klar gibst du dann den einen oder anderen Tipp weiter. Aber die Fragen wurden halt immer mehr. Und dann sind immer mehr Leute dazugekommen, die dieselben Fragen gestellt haben. Ich habe zum Beispiel mein überschüssiges Gemüse immer mit zum Fitnessstudio genommen. Und da einfach in so einen Korb getan. Und die Leute konnten sich das halt mitnehmen, sodass ich es nicht wegschmeißen musste. Weil in den ersten Jahren habe ich definitiv überproduziert. Und irgendwann gerade Zucchinis, wenn man da fünf oder sechs Pflanzen von hinstellt, da kannst du 20 Familien mit versorgen. Und dementsprechend habe ich das Ganze dann einfach sozusagen verschenkt. Und auch da kamen natürlich immer mal wieder die Rückfragen. Hey, wie machst du das mit deinem Salat? Wie bekämpfst du die Schnecken? Und so weiter und so fort. Und die Fragen, die deckten sich eigentlich alle. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Freunden, klar, denen kann man das vielleicht eben per WhatsApp schicken oder irgendwie sowas oder eine Sprachnachricht machen. Aber wildfremden Leuten im Fitnessstudio, du kennst ja nicht jeden persönlich, willst ja auch nicht, dass jeder vielleicht deine Nummer hat oder etwas dergleichen. Wie machst du denn das da? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, such mir ein Medium, womit ich das verbreiten könnte. Das Medium war dann am Ende YouTube. Und so ist praktisch mein Kanal entstanden. Und das erste Video war, weil die Frage kam auch häufig, wie sieht eigentlich dein Garten aus? War dann im Jahr 2017 der Gartenrundgang Juli. Übrigens, wer Bock hat, mal reinzugucken, definitiv Bad Hair Day. Aber ja, nices Video geworden. War mein erstes Video auf meinem Kanal. Und da habe ich einfach alles gezeigt, was ich zu dem Zeitpunkt in meinem Garten hatte. Und der lief da auch schon wirklich gut, muss ich sagen. Und mittlerweile, klar, man lernt dazu, man macht was besser. Und so hat sich das dann entwickelt. Also zu YouTube bin ich praktisch gekommen, weil ich keine Lust hatte, immer wieder dasselbe zu erzählen. Beziehungsweise ich ein Medium gesucht hatte. Wie kann ich was Leuten zeigen, ohne dass ich es immer wieder erzählen muss? Und das Beste war natürlich dann einfach in Videoform. Und das Verbreitungsmedium wurde dann YouTube. Also, Michaela, ich hoffe, deine Frage wurde hinreichend beantwortet. Wie bin ich eigentlich zu YouTube gekommen? Beziehungsweise wie wurde ich Garten-YouTuber? Ja, zu YouTube gekommen, weil ich ein Medium brauchte. Und Garten-YouTuber, ja gut, weil mich das am meisten gefragt wurde. Und irgendwie bin ich dann dabei geblieben. Und die Garten-Community, die ist ja auch relativ eng vernetzt. Also auch die ganzen anderen YouTuber. Also ich war vielleicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr mit dabei. Dann habe ich schon die ersten Direktnachrichten gekriegt. Hey, willst du nicht in die Gruppe kommen? Oder hast du mal Lust, was zusammen zu machen? Also das hat dann auch noch so ein bisschen den Kick hinterhergegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich bleibe dabei. Und klar, wenn dann irgendwann die Abo-Zahlen, wenn man die ersten 100 Abonnenten hat, so wo man sich denkt, okay, das sind nicht nur Freunde und Verwandte, die so aus Nettigkeit sozusagen deinen Kanal abonnieren. Dann leckst du da auch so ein bisschen Blut und denkst dir, okay, vielleicht schaffe ich auch 200. Und ja, irgendwann waren es dann 300, 400, 1000, mittlerweile über 10.000. Und ja, ist einfach ein geiles Hobby, eine geile Community, auch ein schöner Austausch, auch mit den anderen Garten-YouTubern zusammen. Und ja, so bin ich praktisch Garten-YouTuber geworden, wenn man das so bezeichnen möchte. Und bin praktisch zum Thema YouTube gekommen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage von André. André, du hast geschrieben, du hast auch einen Garten und bist schon am längeren überlegen, einen Kanal zu machen. Traust dich aber nicht wirklich. Jetzt ist die Frage, traust du dich nicht, weil du nicht weißt, wie es technisch geht? Oder traust du dich nicht, weil es dir vielleicht peinlich ist oder etwas dergleichen? Ich habe das viele im Bekanntenkreis, die am Anfang mich belächelt haben und gesagt haben, YouTube, du Spinner und denkst du damit, hast du Erfolg oder was weiß ich. Das sind die Stimmen, die übrigens jetzt super klein und gar nicht mehr vorhanden sind, weil, ja gut, die 10.000 Abonnenten, die ich habe und die Masse an Videos, die kann man halt nicht mehr wegignorieren. Und da bin ich natürlich auch ein Stück weit stolz auf mich selber. Und klar, das ist ein Lernprozess. Niemand wird zu dir hinkommen und sagen, hey, du, mach doch mal einen YouTube-Kanal. Du bist mega cool, ich mag deine Art und dein Garten ist toll oder was auch immer. Also unabhängig auch vom Thema Garten. Das wird nicht passieren. Du musst schon einfach selber Bock haben und zu dir sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich starte einen YouTube-Kanal, ich melde mich an, da gibt es, ne, gib mal, so geht YouTube, bei YouTube in die Suche ein. Da kriegst du hunderte von Videos, die dir Anleitung geben, wie man einen Kanal erstellt, was man für technische Sachen beachten sollte und, 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 und. Und da einfach mal sich hinsetzen, ein paar Tage das reinziehen und dann hast du genug Grundwissen, um deinen Kanal zu erstellen und einfach mal, ja, loszulegen. Und wenn du jetzt sagst, ich traue mich nicht direkt vor der Kamera zu reden oder ich bin nicht so gut im Freisprechen, naja, dann mach dir halt ein Skript, nimm die Szenen noch ein paar Mal auf, ist doch egal. Sieht ja keiner. Am Ende kommt doch nur das fertige Produkt rein. Ich habe mich auch nicht am Anfang hingestellt und gesagt, alles klar, Bums, ich haue jetzt mein Video da raus und das funktionierte sofort. Ich habe auch 20, 30, 40 Takes gebraucht für ein und dasselbe Ding, immer wieder verhasspelt oder vergessen, was ich sagen wollte. Und, naja, da macht man sich halt Notizzettel und irgendwann kommt das von ganz alleine. Also mittlerweile ist das bei mir so, Kamera, Garten, Thema, let's go. Und meistens ist es ein One-Take, einfach weil mit Erfahrung wächst das Ganze und dann denkst du auch nicht mehr drüber nach, was wollte ich denn nochmal sagen, weil das hast du eh da im Kopf. Und von daher also auch noch so eine Kleinigkeit, wenn du Schiss hast, direkt vor die Kamera zu gehen, ist doch kein Problem. Da machst du aus der Ego-Shooter-Perspektive, also dass man nur deine Hände sieht, wie du einfach was machst und irgendwann wechselst du dann rum. Ich glaube, Max von der Gartenkanal, kennt bestimmt auch jeder, der ist in seinen ersten Videos auch nicht direkt vor der Kamera gewesen und hat dann irgendwann gesagt, okay, die Community ist da, das macht Bock, ich möchte mich jetzt einfach auch mal zeigen. Und dann ist er vor die Kamera gewechselt. Also man muss nicht unbedingt sich direkt zeigen, wenn man sagt, das möchte ich nicht. Ja, dann lässt es halt bleiben und lässt nur deine Hände sozusagen walten oder zeigst einfach nur sowas oder fügst Bilder ein oder etwas dergleichen. Also von daher, da gibt es ja viele Möglichkeiten, ohne direkt vor die Kamera zu gehen. Aber apropos Kamera, kommen wir mal zu deiner zweiten Frage. Bei deiner zweiten Frage hast du ja gesagt, du würdest gerne mal von mir wissen, was ist das technische Minimum? Das technische Minimum, würde ich einfach mal behaupten, ist eine Kamera. Gut, ist logisch. Als Kamera musst du aber nicht unbedingt. Du kannst natürlich dir eine GoPro holen. Da tut es auch ein älteres Modell oder halt auch diese Nicht-GoPros, keine Ahnung, wie die Marken dann heißen. Wichtig ist nur, dass du dir eine Kamera holst, die möglichst HD-Qualität liefert, weil das ist so ein Standard heutzutage. Den erwarten die Leute einfach. Also eine HD-fähige Kamera, das kann auch dein Handy sein. Jedes Smartphone heutzutage hat eine HD-fähige Kamera. Dann würde ich sagen, absolut technisches Minimum ist ein Stativ. Also wenn du ein Handy nimmst, Handyhalter, Stativ drunter. Wenn du irgendeine andere Kamera nimmst, dann halt dafür ein Stativ. Aber Kamera plus Stativ, damit du ruhige, vernünftige Aufnahmen hast. Wenn du dann noch auf Kaka hauen willst, auf Deutsch gesagt, dann holst du dir noch irgendwie so ein Schwebestativ oder etwas dergleichen und kannst dann smooth, bewegte Bilder machen. Finde ich, ist aber nicht unbedingt ein Muss. Das kommt natürlich darauf an, was du filmst und in welche Richtung du gehen willst. Du hast jetzt ja hier geschrieben Garten. Klar ist, so eine smooth Bewegung oder irgendwie eine schön eingeblendete Biene oder irgendwas zu verfolgen, ist bildtechnisch schön. Finde ich, ist aber kein Muss, um irgendwie ein Lehrvideo über Garten rauszuhauen. Und von daher ein Stativ plus Kamera würde ich sagen, ist das absolute Minimum, was du dir holen solltest. Alles andere kann man sich irgendwann nochmal dazukaufen, wenn man dabei bleibt und auch sagt, okay, ich mache das Ganze. Und was ich persönlich auch als absolutes Minimum ansehe, kleiner Exkurs, du fährst im Auto. Du hörst einen Radiosender, geiles Lied läuft, tingelst vor dir rum, das Lied läuft und plötzlich kommst du in irgendeine schlechte benebelte Zone. Also sprich, dein Radio fängt an zu rauschen. Was ist das Erste, was du machst? Bumm, du haust einen anderen Sender rein, weil dieses Gerausche geht dir auf den Sack. Und genau so ist es auch, finde ich, bei YouTube-Videos. Wenn einer schlechte Tonqualität hat, also total übertönt, rauschend, schreddern, hört sich an, wie als würde er aus einem blechernden Eimer reden. Oder irgendetwas oder ist andauernd laut und dann wieder leise. Das nervt mich so krass ab, dass ich das Video, egal wie toll es ist, einfach nicht schaue, weil zu dem Thema gibt es garantiert noch fünf andere und dann gucke ich mir lieber die an. Also ganz wichtig aus meiner Sicht, Tonqualität und ein ruhiges Bild. Tonqualität erreichst du einfach, indem du dir ein Ansteckmikrofon kaufst. Also nicht irgendwie so ein freischwebendes. Klar, du kannst auch ein Richtmikrofon nehmen oder etwas decken, aber das Einfachste ist ein Ansteckmikrofon, ein gutes Ansteckmikrofon, kostet ungefähr 50 Euro und kriegst du im üblichen Online-Handel. Es gibt auch günstigere, die tun es meinetwegen auch. Da musst du halt dann wissen, wie viel Geld willst du ausgeben. Wenn du jetzt dein Handy nimmst, gut, das hast du meistens schon. Dann hast du nochmal irgendwie 10, 20 bis 50 Euro für so ein Ansteckmikrofon und ja, dann bist du auch schon dabei. Und dann hast du gute, also ich persönlich habe ein 50 Euro Ansteckmikrofon und mein Handy ist das Diktiergerät. Wenn also dein Handy parallel deine Kamera sein soll, klappt das nicht. Dann brauchst du noch irgendwie ein Diktier- oder ein Aufnahmegerät, was du dir zusätzlich holst. Gut, das sind auch immer irgendwie 30, 40 Euro. Auch da gibt es im günstigen Preissegment, gerade für Anfänger als YouTube, würde ich da keine paar hundert Euro ausgeben. Also ich sage mal, mit 50 bis 100 Euro bist du eigentlich als YouTuber, wenn du im Außenbereich unterwegs bist, dabei. Dann hast du deine Kamera, dann hast du dein Stativ und dann hast du dein Ansteckmikrofon. Klar, das ist alles nicht High-End, aber das brauchst du für den Start auch nicht. Und hinterher kann man immer noch mal eine Schippe drauflegen. Und was du natürlich auch brauchst, ist ein Schneidprogramm. Schneidprogramm heißt also im Klartext, da kannst du auch wieder Free Software nehmen oder du gehst in der Vollen, also da kannst du bis ein paar tausend Euro, gibst da alles. Aber auch da würde ich sagen, nimm das, mit dem du am besten klarkommst und so banal das klingt, nimm einfach das, was schön aussieht für dich. Weil aneinander schneiden und eine Tonspur unterlegen, das können die alle. Nach hinten raus, klar, Grafiken einblenden, Überleitungen machen, Blue Screen und was nicht alles. Das brauchst du für den Start nicht. Da kann man sich dann immer noch umentscheiden. Aber erstmal einfach ein Programm nehmen, wo du sagst, das gefällt mir optisch, da komme ich gut mit klar und das ist nicht so schwierig und am besten auch in Deutsch. Weil dann kannst du da einfach mit arbeiten. Und zack, bist du YouTuber. Schneidprogramm, Kamera, Ton, let's go. Und Stativ, damit du ein ruhiges Bild hast. Und ein Tipp meinerseits, beschäftige dich ein bisschen mit Bildtechnik. Also nicht unbedingt mit Bildbearbeitung, also Videobearbeitung. Klar, das kommt so mit der Zeit von alleine. Aber einfach so diese Basics, so wie eine totale, halbtotale Nahaufnahme. Also dass du einfach so diese Grundbegriffe kennst, beziehungsweise kennen ist gar nicht so wichtig, aber anwenden. Dass du einfach so Ausschnitte wie hier dieses Bild jetzt hast, so für nahe Sachen, wenn du jetzt hier ein Töpfchen hättest, damit du den auch vernünftig zeigen kannst. Und nicht irgendwie ganz hinten links da, keine Ahnung, bei der Pflanze da hinten stehst und da dein Töpfchen zeigst und sagst, oh guck mal hier, die Samen, das wird kein Schwein sehen. Okay, dementsprechend also so ein bisschen einfach darauf achten, was will ich zeigen? Und wenn du in diesem Modus bist, dass du was nah zeigen willst, ja dann geh auch mit der Kamera gefälligst nah ran und nehm es auf und steh nicht weit weg. Aber das sind so Sachen, die kommen mit der Zeit. Mein erstes Video, 2017, Gartenrundgang, wie gesagt, als kleiner Tipp, wer da mal reingucken will, Bad Hair Day, also mega nice Freezer hatte ich da. Das habe ich auch random einfach so rausgehauen und mal geguckt und im Nachhinein dachte ich mir auch, okay, das könntest du mal anders machen. Vielleicht hier hättest du noch eine neue Aufnahme machen können, aber das kommt einfach mit der Zeit und da würde ich mich einfach auch nicht einschränken. Schauen wir also nochmal rein, wie bist du eigentlich YouTuber geworden? Würde ich sagen, hinreichend beantwortet und André, deine Frage, was brauchst du für Technik? Hast du jetzt auch und zum Trauen, ja, das musst du halt selbst überlegen. Wenn du nicht möchtest, geh halt einfach erstmal nicht vor die Kamera, aber naja, was soll dir passieren? Gut, ob du jetzt, wenn du wenig Abonnenten hast, kannst du davon ausgehen, die 10 Leute, die das sehen, sind sowieso egal. Und noch ein ganz wichtiger Motivationstipp ist, wenn du mit YouTube anfängst, André, dann lass dich nicht entmutigen, wenn es ewig dauert, bis du deine 10, 20, 100 Abonnenten vielleicht hast. Das sind alles so Feinheiten, die kommen mit der Zeit. Ich glaube, ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, um die ersten 100 zu kriegen, dann aber lustigerweise nur zwei Monate, um irgendwie auf 400 zu kommen. Aber das sollte dich nicht entmutigen, wenn du nicht sofort viele Abonnenten hast oder etwas dergleichen. Arbeite einfach immer an dir selber, versuche deine Videos, dein Stil und auch deine Sachen einfach zu perfektionieren und besser zu machen. Und der Rest kommt von ganz alleine. Man kann die Leute nicht zwingen, dass sie dich mögen. Entweder das kommt von alleine und du überzeugst einfach durch Qualität oder vielleicht durch Fachwissen oder durch Gags oder Entertainen. Jeder hat da so seinen eigenen Stil. Und da würde ich auch dir raten, lieber André, nimm dir zwar Vorbilder und guck dir Tipps bei denen ab, aber bleib und vor allen Dingen sei du selbst vor der Kamera. Weil wenn du dich permanent verstellst, das wird irgendwann auffliegen und gerade Leute, die dich kennen, werden definitiv sagen, was das, das bist aber eigentlich nicht du. So viel also zu den ersten beiden Fragen. Michaela, André, ich hoffe, das hat euch von der Ausgiebigkeit her gereicht. Und für alle, die jetzt das erste Mal zugeschaut haben oder auch vielleicht eine Frage im Hinterkopf haben, stellt sie mir doch gerne. Ich blende es hier nochmal ein und markiere es für euch nochmal. Ach so, markieren muss ich ja hier. Da, frag zurückzumgarten at gmail.com. Das ist die Adresse. Da schreibt ihr einfach eure Fragen hin. Und dann werde ich, wie in diesem Video hier gezeigt, das Ganze mit einer kleinen Videoantwort an euch wieder raushauen. Wenn es natürlich irgendwann zu viele werden, muss ich aussieben, aber aktuell hält sich die Größe des Kanals ja noch im Rahmen. Und apropos Größe des Kanals, Like-Button aktivieren, Klingel aktivieren, Kanal abonnieren und weiterhin dabei sein. Und wir sehen uns im nächsten Video zurück zum Garten live. Ich bin raus, bis dann.